Hallo Leute, liebe Leute, äh, hier, letztlich die Alarm zu gucken, äh, nicht. Yo, guten Tag, hier, was hier? Ja, der beste Fahrer der Welt. Verdammt, schon sind wir schon. Nee, doch nicht. Aber jetzt haben wir schon schon gewusst, denn... Ja, ich will gucken. Ja, irgendwie war ich nicht so gut. Ach, gute Faktik. Ey, Falschparker. Den müssen wir gleich mal anhängen. Ey, mal Platz. Der Falschparker habe ich. Verboten. Den müssen wir gleich in der Reihe verfallen. Seh ich mal um und du mal, ähm... In. Soll ich mal was? Ja, schieß dich mal. Du, als erstes. Verdammt, es funktioniert nicht. Was hast du für so eine Reihe? Er hat die besten Reifen, die es überhaupt gibt. Von Wikilien. Ja. So, schieß mir erstmal kaputt. Du hast keine grüne Umweltskakette. Genau. Er darf ja eigentlich keine Fahrt. Eigentlich wie auch. Er ist egal. Wecker ist bei der Fahrt. Gut, jetzt haben wir keinen Bock mehr, denn der... ...wird jetzt da kommen. Verdammt. Verdammt. Verdammt, der war da. Verdammt. Und ich mach doch mal Platz. Was? Typisch hier, ey. Genau. Und du weißt, was du fangst? Verdammt, ich hab doch viel fangstelle. Ja, fangstelle. Ja, fangstelle. Ja, fangstelle. Ja, fangstelle. Ach, verdammt, ich darf ja den Schaden noch. Jetzt hängen wir fest. Das ist die Tür weg. Guck mal, ob das neben der Mikrofon fangstelle ist. Die ist so weg. Ja, so nicht. Dann gehen wir mal weiter. Guck mal nach vorne. Dann sehen wir uns aussieht. So. Nee, das haben wir jetzt nicht. Wie sieht man jetzt? Ne? Ne? Ach so, ja, ja. Ja, ja, ja. Genau. Ey, guck mal, rück dich was mal an. Du hast Angst kaputt. Absolut. Ist egal. Ist egal, du hast Angst. Ganz toll. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ey, grün. Hast du ja nie geschafft, der grün rüber zu fallen? Ey, wieder falsch Barker. So, wie schießt man den jetzt hier? Weil den mit dem Knopf zu fallen ist überall garb oder so. Ah ja. Ja? Nein, morgen vielleicht. Ja, aber wie schießt man? Du tust erst mal an mit mir und dann auch schießt man. Willst du mich jetzt verraten, dass ich einfach vollständig bin? Ja, das stimmt. Ja. Okay, die werden sie ja ein bisschen wollen, wenn ihr so Karl ein bisschen demoliert wird. Ach, da steht ja noch einer. Noch ein Kunde von uns. Ja, dann machen wir mal ein bisschen zurück. Ja, dein Motor auch aufbocken läuft. Ja, ich glaube, er sollte wohl zu Karl-Gladen gehen. Ach, nein, danke. gut, aber gut. Erst mal, erst mal kurz in den roten Dingeln. So. So, ja, bist du jetzt der Stress? Ja, ja. Ja, dein Nummer steht, was neu ist. Geht zum Kacklob. Genau, dann findest du nicht. Hey, ich hab Europa. No. Du guck mal, ob hier noch ein Falsparker steht. Oh, gut, da wollte ich bestätigen Falsparker. Oh, die Klemme rein. Ja, aber ich wollte jetzt gleich erst mal Falsparker. Zu der Zeit, jetzt steht der nicht mehr Falsch. So, wieder oder Falsch? Egal, jetzt formen wir die Oma rein. So, ohne neue Mutter auf. Oh, hier steht Oma rein. So, jetzt kommt das rein, ne? So. 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 So, na, war doch so schön, das ist ein Ding. Da steht gleich noch einer. Oh, welche Klemme. So. So ich auch der Maschinen. Go. So. 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 ja gut aber die Europäer ja überklafen was soll ich nicht die TAR mann dort reichen vielleicht die Stadt ein bisschen falsch Aber er schaut doch die Klippen rein. Ja. Das geht ja auch so. Okay. Dann erschieben wir die Kamera. So, ich kann ja nicht mehr zu faul aufgehen. Da findet er sein Volk. Ja. Der Volk ist besser. Macht ja alles. So. Alles Falschparker. Hörst du auf, wie du dich sagst? Ich hab auch keine Falschparker. Oh, hier. Mann, Mann, Mann. Hier steht aber auch ein Falschparker. Gibt es denn für Falschparker? Jawohl, kein Neiner. Hier kannst du ja die ganze Stadt machen. Wir haben 3.000 Euro kassiert. Ja. 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 Das war schon so okay. Wie passt die Worte hier, ne? Kommst du. Buchen. Da gibt man eine Sperre von YouTube. Genau. Wegen Alterverschränkung. Nee. Ja, klar, Mann. Willst du erschienen doch? Hey, ich hab Wofa. Wenn es keine Falschparker gibt. Hey, ich hab Wofa. Hey, ich hab Wofa. Ich hab Wofa. Ja, ich hab Wofa. Ja, ich hab Wofa. Du willst also aufstehen, doch? Du hast jetzt eh keine Politiker mehr. Okay. Du musst jetzt halt die Autos kaputt fahren. Was? Du musst die Autos kaputt fahren wie falsch stehen. Lass mal schon mal hin. Da steht wieder eher falsch. Mescale. Immer. Ja, klar. Ja, da steht auch einer rein. Oh. Ach, du bist mein Freund? Nö, jetzt. Nö. Du bist über Rot gefahren. Da fährst du noch über dem Bürgerstein. Nein, kein Kämpfer, so gibt es dich. Nein, kein Kämpfer. Apapapapa. Du stehst falsch, du Schirr. Bist du mir jetzt reingefahren? Schauen wir anhalten. Ja, reiner Zufall. Also. Du bist das. Die Motorhallen der Motorhallen hervorkommen. Ja, ich habe nicht mehr so was geklärt worden. Ja, ich habe nicht mehr so was so geklärt worden. Da war ich hier die Verrufung, der Rast im Standort. Die außen das mit den Reiseln der Rast im Hilfsdall. Das war schon. Ja, das ist so Danke. Ja, da, weil ich jetzt keine Beulen. Hör, was ich habe gar nicht mehr habe. Ja, ich habe nicht mehr so weiter. Ja, ich habe nicht mehr so weiter. Ja, ich habe nicht mehr so leuten, ich habe so'n bisschen kaputt. einfach überfahre hallo mann falsch parker da schon wieder weg vor der Kreuzung zu stehen das ist ja schon mal drin das ist nicht alle geklappt auf Papierbein zu stehen ja genau das werde ich auch noch auf die Idee kommen das werde jetzt ja ja gib mal kein Heiligemann Heiligemann oder? hm ach wo kommt der da? oh mein Gott ich werde nicht mehr vorbeikommen ach fick ich habe keine ich habe keine Mühle verdammt er hat mir das jetzt gemacht mal falsch parker halt die Klappe verdammt er würde uns erschießen ich bin Pol ich bin Pol so muss das gehen so fährt man richtig aus er steht ne Frau ohne Frau ne das ist ein Mann ja sie sehen ja ey ey du schein der hat sich in den Kopf Luft oder was jetzt nicht mehr wir wollen ja nicht so weit also wir haben geklappt also ich glaube ja die muss man so gleich lebensländlich geben ja so stehen sie gut ach alter du schießt mich nicht picker ja so nicht sein der hat ja ja aber ja 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 er 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 von der der Fallsteher oder dann haben sie mir jetzt er wird er auch noch nicht Ende von als Vater die Vorbereitung dann verabschiede ich mich Na? Man sieht mir nur die Falschparten in der Augenhide. Na, welche Falsch? Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Dominik L.P.